Wird jetzt der kurioseste DNA-Vergleich, glaube ich, aller Zeiten. Ja. Schauen wir mal. Ähm, Hopp. Hopp oder Topp. Oder Flopp. Oder Klopp. Ne, Moment, das war was mit Fußball. Und was waren die schlechten Witze? Ich bin heute irgendwie in ganz, ganz großer schlechte Witselaune. Es tut mir leid, ich schäme mich fast dafür, euch so leiden zu lassen. Okay. Wir müssen schnell machen, damit die Verschwundenen am Ende lebend gefunden werden. Wir haben eine Spur zu Salazar. Wir haben eine Spur zu sehen. Wir haben die Schäme synthetisiert von der Südwestern Woodlily in Huntby's Stomach. Jim, diese Blume ist extrem wichtig. Es nur in ein paar Blumen in Nevada. Und nur eine ist von Vegas. So, jetzt erwischen wir also doch Sarazar, der sich jetzt als von wegen großer Let's Player herausstellt. Nein, in Wahrheit ist er weiblich und eine Bienenkönigin. Oh Gott, die schlechten Witze reißen nicht ab. Oh, Heidewitzker. So, Salazar escaped. Es ist unmöglich. Wir hatten Choppers in the sky mit Infrared. Wir haben ein secure Perimeter rund um den Ort. Jetzt ist sie either tot und ist irgendwo underneath all this rubble. Oh. Ich... Ich... Ich weiß nicht. Also, das ist wo der... ist ein Abgang mit einem Knall. Kann man ja schon fast sagen. Das sieht... Genau, danach sieht es aus. Okay, wir können den nicht mitnehmen. Oh, die Armbien. Gut zu wissen. Dann... Zeig mir, was du zu bieten hast. Siehst du das? Die LCV ist revealing footsteps tracked durch die Insekse Hemolymph. Mal schauen, wo sie leaden. Ha ha. Okay. Yes. We might give whoever's inside a warning. Or worse, we might set off another explosion. There must be some way to figure out which numbers on the pad have been pressed. Die Sache gibt es, aber... Two, five, eight and nine. Okay, now that we know the numbers, all we need is the right sequence. Two, five, eight, nine. Those numbers are familiar. I've seen them somewhere recently. I've got something to do with Salazar. I just can't remember what. Dann muss es in unserer Fallakte zu finden sein. Hold on, that's it. Nine, five, eight, two. September 5th, 1982. The day she killed her husband is the sequence to the combination on the keypad. Oh, wo war das jetzt? Äh... Ah. 5. September... 5... Ah. 5. 9. 8. 2. Okay, okay. Hä? Noch mal Beweise? Das sind wahrscheinlich nur die... 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 Die Beweise wollte ich sagen. So... Fünf... Fünf... Ah. Muss ich gar nicht tippen. Okay, here's the situation. I'm mobilizing a security detail. It will be ready any second. I'll give you the last word with Salazar before we go, but make it quick. Then we're getting the hell out of here. And the first round is on me. Alright? Ich habe nicht das Gefühl, dass das hier schon bald zu Ende ist. You. I know you. Where's your lady friend with a smart mouth? I'm still going to kill you. You know that, don't you? Sie gehen lebenslängig ins Gefängnis, Miss Salazar. Are you sure about that, my dear? I own politicians, judges, DAs, everyone has a price. And I own them all. I do not think you fully appreciate the height to which I have risen. Your reach exceeds your grasp. You will never touch me. Es wird mir ein Vergnügen sein, bei ihrem Verfahren auszusagen, Miss Salazar. Why you? Do you really think you'll live that long? We'll risk it. It's just part of our job. Ich glaube nicht, dass sie ihren eigenen Sohn getötet haben. I didn't kill my son. You killed him. When you exposed him. No, Miss Salazar. Your son was looking for his long lost mother. And when he found you, you took his life away. Squeezed it out of him. With your own hands. You will never understand. The cruelty of mercy. I spared my son this life. Your Drogengeschäft ist zu Ende. Das Netzwerk zerschlagen. You are so very naive. Hasn't anyone ever told you, what doesn't kill you makes you stronger. And there will never be anyone as strong as I am. We have Huntys Druckmitte gefunden. I'm not sure you can fully appreciate the fact that Huntby betrayed you. Before he died, he compiled detailed information regarding your network of dealers. That information is now in our possession. And we will be handing it over to our own district attorney. As well as the department of justice. I see. Enjoy this moment while you can, Dr. Ray. Because it shall be called comfort to you as you weep over the ashes of your family. I want you to be able to remember just how delicious this moment was for you. When all you can taste is fear. Jim, bring sie sie hier raus. Ich komme sofort wieder. Take your time. I have all the time in the world. Ich habe das Gefühl, dass es nicht rum ist. Hier ist noch etwas. Was? Es kann doch nicht so zu Ende gegangen sein jetzt. Ist das wirklich jetzt alles? Ach, Mensch. Ich will nicht da und da reingucken. Ich habe das Gefühl, dass es hier irgendwas noch sein muss. Gibt es hier drüben noch etwas? Irgendwelche Spuren, irgendwelche Hinweise, irgendetwas. Was haben wir denn da Schönes? Eine Festplatte. Ich würde mal sagen, die Festplatte schauen wir uns an auf jeden Fall. 1,5 Terabyte. Da passen einige Daten drauf. So. Ab ins Labor. Und? Na, komm. Man sollte auch drauf drücken. Mai 2010. Auszahlung. Los Angeles. Büro des Bürgermeisters. Polizeibehörde. Behörde für Bau und Sicherheit. Amtsgericht. Las Vegas. Büro des Bürgermeisters. Sheriff. Silver Sierra Construction. Straßenbehörde. San Francisco. Büro des Bürgermeisters. Polizeibehörde. Stadtrat. Mehr folgt. Da haben wir eine Prämie freigeschaltet. Und jetzt werde ich es genießen, wenn ich ihr das auch noch unter die Nase reibe. Na? Was willst du? Jim, bringen sie sie hier raus. Wir sind fertig. Das ist nicht der Ende. Du wirst mich wiedersehen. Du wirst mich wiedersehen. Nicht in einer jäule, cell oder courtroom. Nein. Und wenn du mich wiedersehen, du wirst du für dein Leben. Und was denkst du dir, dann? Was denkst du dir, wenn du mich wiedersehen? Weil du wirst du wirst! Ja. Ja. Ich sollte das nehmen. Willows. Was? Oh mein Gott. Wann? Alright. Lass mich wissen, ob du was anderes findest. Was falsch ist? Ja. Ein Präsener-Transport wurde nur auf der Route zur Klinik. Sie ist weg. Salazar hat erlacht. Wow. Statistik, Gründlichkeit 97%. So knapp können 100% und Fähigkeit 77%. Wir haben das Spiel geschafft. Und das Ende ist hammer, böse und offen. Seas Eye Fatale Conspiracy von Telltale Games. Ey, ich muss sagen, wow. Also, auch wenn das Ende jetzt sehr, 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 sehr kurz war. Und irgendwie so ein bisschen im Gegensatz zu den anderen Fällen ja schon fast dahin gerotzt, möchte ich ja schon fast sagen. Weil das war so, ja, wir machen jetzt mal ein schnelles Finale. Ich meine, da hätte man sich echt mehr noch rausarbeiten können. Man hätte gerade die Flucht nochmal aufgreifen sollen, weil man bedenke, es gibt kein Spiel jetzt danach. Wir haben jetzt so ein offenes Ende und gut ist. Also, es hat mir in vielen, vielen Punkten, bis auf diesen blöden zweiten Fall, der mich echt nervlich alles gekostet hat, haben wir hier ein Spiel, das den letzten Teil so was von getoppt hat. Sich so was von verbessert hat im Vergleich zu CSI 5. Und, ähm, aber mit so einem offenen Ende. Und das ist so mit einem unbefriedigenden Ende auch so ein bisschen. Also, da muss ich sagen, also, da hätte ich mir schon auch ein bisschen noch mehr von Telltale Games gewünscht, erhofft und wie auch immer. Ich finde, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich freue mich jetzt schon richtig die letzten oder die ersten Spiele zu spielen. Also, die letzten von den sechs, die uns noch fehlen und die in der Reihenfolge die ersten sind. Das muss aber leider auch ein bisschen warten. Ich, äh, werde, oder es wird höchstwahrscheinlich so sein, dass ich es in Facebook schon bekannt gegeben habe. Jetzt folgt es hier halt auch nochmal. Ich werde nicht, ähm, mit dem ersten CSI-Spiel direkt im Anschluss beginnen, weil ich ja jetzt die Umzugsvorbereitung habe. Dann habe ich, ähm, Paper Sorcerer. Und höchstwahrscheinlich wird es auch schon angelaufen sein, ähm, das schöne Spiel Questrun, das ich, äh, euch präsentieren wollte und zwar auch als Let's Play präsentieren wollte. Und da jetzt auch nicht so viel Zeit verstreichen wollte, weil ich da auch mit, äh, quasi der Distribution Abteilung, äh, irgendwie in Kontakt gekommen bin und so. Und da das jetzt nicht irgendwie lang nach hinten verzögern wollte und alles. Ähm, deshalb wird jetzt CSI quasi rausgezögert. Ich vermute mal, dass es wohl bis zur Zeit des Umzugs sein wird. Also, ich will nichts versprechen oder beziehungsweise nicht sagen, ich werde wirklich, also ich vermute wirklich, es läuft darauf hinaus, dass es nicht mal zum zweiten Juni, wenn ich schon fertig umgezogen bin, sondern dass ich erst in der neuen Wohnung die Aufnahme machen kann. Also irgendwann so Anfang Juni werden dann die neuen CSI-Folgen zu den letzten vier Spielen nachfolgen. Es ist irgendwie doof und ein bisschen traurig, ich hatte es mir anders gewünscht und anders erhofft und hätte es auch gerne in der Chronologie jetzt einfach alles anders gehandelt. Aber, ja gut, so ist es jetzt und damit lebe ich und damit muss ich ja auch leben. Ähm, ich hoffe, ihr seid einfach dabei, wenn dann im Juni wieder CSI durchstartet. Und ich hoffe, ihr hattet jetzt Spaß mit diesem Let's Play. Knarze, Stuhl, gib Ruhe! Ähm, ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem, was ihr so gerade zockt. Und Knarze, Stuhl, sei weiterhin ruhig. Vielleicht hole ich mir einen neuen Stuhl. Ich weiß es nicht, ich habe genug Kosten schon für die neue Wohnung. Da weiß ich nicht, ob der Stuhl direkt das erste neue Ding wird, was ich mir hole. Ähm, ja, das ist, ich bin so ein bisschen, hm, hin und her gerissen. Einerseits möchte ich am liebsten sofort aufnehmen und möchte euch das direkt präsentieren und möchte am liebsten direkt weitermachen. Andererseits ist mir auch klar, dass ich ein so kleines Zeitfenster momentan am Privatleben habe. Arbeit, Umzug und, und dann, äh, Paper Sorcerer und Questrun, die ja definitiv laufen und die wahrscheinlich auch den ganzen Mai laufen werden. Also ich glaube nicht, dass ich Questrun sehr schnell durchhaben werde, weil das Spiel, ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Aufnahmesession mache, Questrun noch nicht aufgenommen. Ich habe es aber schon angetestet und so. Und es ist ein Spiel, was schon ziemlich viel Zeit frisst, sage ich mal. Also da muss man wirklich schon sich reinarbeiten, reinsteigern. Ähm, dementsprechend. Was gibt es zu CSI noch sagen? Eigentlich nicht viel. Ich bin, oder ich hoffe eigentlich wirklich, man sieht es ja hier, was, was da alles drin ist und was da noch mehr drin ist. Ich würde mich so freuen, wenn jetzt mit, mit DB Russell und, und den veränderten CSI Team, wie die Staffel, 14. Staffel momentan aufgebaut ist, dass mit dem Team jetzt vielleicht nochmal ein Spiel aufgegriffen wird. CSI, äh, CSI Miami und CSI New York sind abgesetzt. CSI Vegas ist das letzte, was jetzt noch lebt, äh, was noch übrig ist, was noch Potenzial hat. Ähm, das Problem ist so ein bisschen, dass immer so auf dieses Con, Detektiv-Con-Prinzip, da sich reduziert wird, sage ich mal. Äh, wir haben einen Mord, wir haben drei Verdächtige, einer davon ist der Täter und, äh, such einfach mal so viel Beweise zusammen, bis es passt. Und das ist halt immer so eine, äh, äh, unbefriedigende Sache, finde ich. Der Abspann ist zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet wirklich Spaß mit diesem Let's Play und habt Spaß mit dem, was ihr sogar zockt. Ich hatte wirklich, wirklich Spaß damit. Und das, obwohl es ein Spiel mit Lawrence Fishburne als Ray Langston ist und ich den überhaupt nicht mag als Figur. Und obwohl ich ja beim fünften Teil auch schon, oder generell, bevor ich damals angefangen habe, eigentlich nicht so viel Erwartung hatte und ein bisschen skeptisch war. Aber vielleicht ist das auch das Geheimnis, weswegen mich das Spiel so überzeugt hat, weil ich nicht mit so hohen Erwartungen rangegangen bin. Ich habe einfach gesagt, lass dich überraschen. Und es hat mich überrascht und ich bin froh, dass es mich überrascht hat. Ich zögere jetzt auch die Zeit nicht mehr heraus. Wir lassen das Intro noch einmal schön ablaufen. Quasi als kleiner, schöner Abschluss. Und dann sage ich, ach ja, da ist unser Agent Happy, unser strenges Gesicht. Und dann sage ich, Cheerio, the King has left the building.